So was Dreckes Ihr habt nicht genügend Gold Aber wie gesagt, dem werden wir jetzt helfen So Erstmal schon zugemacht alles Dann bauen wir da einen Bock da rein Geht aber noch nicht, dass wir uns die ganze Pferde verwecken Wir sind in der Klinik, in der Zeit und weit Da hat er sogar noch einen Mäusch, ey Das kann nicht wahr sein, wie das Ich wollte eigentlich schon längst fertig sein mit der Mission Ich wollte schon bei 28 sein Ein fahrradikant Ein erträglicher Auferlust So, jetzt klappt es aber Wo es vor steht Niederbeliegend So, jetzt würden wir den Weg mal ein bisschen für seine Sarazen-Krieger erweitern Oh nein Nein Wenn jetzt meine ganzen arabischen Bumpenschutz, ne die laufen durch Was für Klippen Ich habe daneben eine Lippe, die muss ich schnell zumachen Kommt an So Der ist echt größen, größen wahnsinnig Jetzt muss ich ihm mal zeigen, wie der Herr hier auf dem Feld ist Das geht ja mal gar nicht, schaut euch das mal an hier Gucken, wie gold er noch, der hat immer noch 14.000, ich muss irgendwie seine Wirtschaft dahinten in die Knie zwingen Eure Verbünde Eine Nachricht der Schlange Ein Meister zeigt sich einverstanden Ja, dann auf In den Kampf Tja, ich glaube ich hole mir doch ein paar Baumeister Da muss ich zwar Steine kaufen Der Meister lässt euch wissen, dass er heute nicht angreifen wird Er ist auch ein Feigling Was soll der jetzt kämpfen, man? Unser Lager ist voll wie... das passt zu mir Das Volk liebt euch, mein Lord Das ist schön, wie mein Volk mich liebt Ich liebe mein Volk auch Und noch mehr als mein Volk, liebe ich meine Soldaten Boah Der wird gleich sterben gehen, das schwöre ich euch, ey Der wird gleich sterben, der Junge Oh, die Schlange macht auch nicht viel, jetzt habe ich den eben zum Angriff aufgefordert, der macht aber auch nichts Und da kommt die nächste Horde Zum Hupen Oh, ich habe der Schlange ja den Weg da oben zum Hort Wir benötigen Gold Der hat Stauben noch durch Jetzt aber nicht mehr Der Bergfried ist komplett Nice, nice Ihr könnt euch nicht mit mir messen, ich habe mein Vorgehen gut geplant Das sagt, glaube ich, die Datte, wahr? Nein, aber Ich bin nicht sicher, ich glaube, das sagt die Datte immer Ich bin nicht sicher, ich glaube, das sagt die Datte immer Unverschlimmter Fliegen Boah, ein Part, in dem wir nur Bierstuben haben, das ist ja unglaublich Hey, da unten können wir uns noch ein bisschen breit machen Eine Nachricht der Schlange Mein Meister glaubt, dass wir diesen Krieg verlieren Ja, das glaube ich auch Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord Und auch, wir werden hier ablusten Können wir unmöglich schaffen Das Volk huldigt euch, Sire Der Kornspeicher ist leer, Sire Oh, halbe Rationen Das war das Kriegerzeichen Das heißt, er wird gleich wieder kommen mit Männern Boah, der kriegt ja als Meergräub, ihr macht die Kehlas Okay, jetzt reicht es mir Euer Gnaden Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden Jetzt müssen wir echt was machen So, vier Baumeister Zwei Katapulte herbei Steine brauchen wir auch So, und dann kostet ein Katapult, glaube ich 300 So, wir mal schauen Da haben wir 600 Gold Da haben wir 800 Euer Gnaden Konstruieren Belagerungsgeräte Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte Wehnen, wehnen halt ein bisschen Na, Florent Na, Florent Katapult bereit, Mylon So, unser Kumbi-Craft da auch klar ein bisschen an Macht ja doch mal was Das kann Katapult sich denn Katapult bereit, Mylon So gut wie erledigt Katapult bereit, Mylon Schießen wir ihm mal die Türme kaputt Vielleicht bringt's da ein bisschen los Wir müssen uns auch nochmal Steine holen Zehn Stück So gut Damit wir auch gleich unsere Katapulte nachladen können Katapult bereit, Mylon Katapult bereit, Mylon Katapult bereit, Mylon Wir benötigen Steine Okay, wir brauchen 10 Steine im Umwechselkurs Hab ich vergessen Ihr habt nicht genügend Gold Ihr habt nicht genügend Gold Los, wir brauchen Gold Jetzt gleich so Katapult bereit, Mylon Ja, das ist gut aus Los, macht ihn kaputt Das ist gut Die Männer mal verschieben Gucken, ob das Speer wieder über 200 ist Nö, aber egal, wo es ist Die einzige Geldquelle Goldquelle besser gesagt Los, go, go, go Ich kann sogar Ruhrkleben Hab ich kein Sehen neben dem Loch Eure Wäbeln bitten Eine Nachricht der Schlange Der Meister lässt euch wissen, dass er heute nicht Ey, warum denn nicht? Jetzt kann man was machen, ey Zum Ruhchen Blender wird Wir benötigen Steine Wir benötigen Steine Wir benötigen Steine Okay, wir müssen uns zurückziehen Niedergeschlagen Verdammt 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 Kommen wir nicht zu Pferde, hm Tja, dann hilft uns nichts mehr weiter außer, ähm Komplett Borgenschütze zu bauen Und seine Burg zu belagern Hm Ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen taktischen Irrlauf, den ich hier heute mache Ich kann's echt nicht ändern, ich bin echt ein bisschen verpallt heute Hm Müssen wir wohl Kohle sammeln Was hat man denn nach 25 Borgenschütze Die Pferde sind eh alle fast schon angefangen 20 Stück kommen wir noch nicht weiter Ich bin immer noch der Meinung, dass der Schlüssel liegt hier in seinen Ressourcen Wenn man hier alles zubaut irgendwie, dass er keine Ressourcen mehr holt Was sieht der Burgleben aus? Ich würde irgendwo sparten Ich hab mir auf jeden Fall Schaden zugefügt, weil er musste schon ein paar Produktionss-Sachen einstellen Alles ist sehr gut Das freut mich Ihr seid der Drittgrüße, Herr Schaden Ihr kein Wunder, ich hab meine ganzen Männer verheizt So, noch ein bisschen Essen in den Kornspeicher bringen Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire Ich hab ne Beliebtheit plus 3, obwohl ich ne halbe Rassion austeile Das ist sehr gut Wieso laufen eigentlich immer noch von meinen Männern welche hinten hin? Ich hab doch da gar keine Gebäude mehr stehen Das sind immer noch die Holzfäller Jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich noch Holzfällerhütten hab Eine Holzfällerhütten dort machen Da hab ich doch keine Holzfällerhütten mehr Ich weiß nicht, wo die immer herkommen He kerid Hm Unser Part kann sich dann doch noch mal so 10-20 Minuten hinziehen Ich jetzt wie noch Männer hab, ich kann sich echt nicht mehr Ich hab ein paar Fehlentscheidungen getroffen, in der Aufnahme Aber ist sicher nicht so schlimm, wenn noch die Mission knacken Ich weiß, was ich hier bin. Oh, und da kommen wieder Borusschützen. Schaut euch das mal an, dass er alles hier stehen hat. Jetzt hat er seine Steinlage komplett eingemottet. Das verstehe ich nicht. Unter seiner Taktik steht seine Logik. Eure Verbündeten. Eine Nachricht der Schlange. Der Meister lässt euch wissen, dass er heute nicht angreifen wird. Schaut euch das mal an hier oben. Der hat seine Tür mal aufgegeben. Hat nur noch 14 Gold. Eine Nachricht vom Schwein. Der Meister lässt euch wissen, dass er heute nicht angreifen wird. Tja, die dienen also eigentlich nur noch als Puffer hier auf der Karte. Ich bin Popo. Das Volk huldigt euch, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Da kommen ein paar Hildenstatuen. Den Weg unten nach den Katapulten der Rekord. Ich bin Puffer hier hinten raus. Ich bin Puffer hier. Der Karte ist Filter undir. Du wirst schon mal wieder überlaufen, was denkst du den Karte. ... und dann... So wirst du doch besser ab. Ich will den Port machen. Fail. Ich will jetzt mezzeln. Ich will jetzt klausame Steuern ein. Kommt. Klausame Steuern. Jetzt fällt meine Beliebtheit zwar, aber es ist ja schlimm. Zum Wukum? Hauptsache Wukum kommt ja Kohlerie. Boah, Minus 6. Das ist brutal. Eure Beliebtheit sinkt. Al-Hisanu Sari.